Für wen ist das denn? Ist das für Firmen oder ist das, wenn ich jetzt einen Baggerführerschein machen will, ist das dann auch was für mich oder ist das nur für Firmen? Das ist sicherlich auch was für sie, weil es Sinn macht zu trainieren vorher. Unsere Target Group sind natürlich Fahrschulen, Universitäten, Berufsschulen, jegliche Form von Institutionen, die eben mehrere Schüler ausbildet, ist für uns interessant. Aber eben auch die großen Maschinenhersteller, die vielleicht in ihren eigenen Fahrtrainingszentren oder so ihre Kabine auf unseren Simulator setzen wollen, dass sie eben die komplette Hardware für Brands ausrichten.